mit dem blenden, weil ich hab immer nach oben geguckt, nach unten, nach links, nach rechts, egal wo ich hingeguckt hab ich war einmal geblendet. was komisch war, du standst doch neben mir an dem fensterdurchgang da und hast mich versucht zu schlagen. und ich hab versucht durch das fenster zu gehen, beide und beide sind nicht. oh nein, einer hat keine Eichs drin. aber er hat muri drin. aber hoffentlich kein linkes. also ich hatte die noch drin. also er kann nur einen töten. ne, die sieht man, die sind nicht geheim. die grüne und das gelbe ist nicht geheim. das ist nicht geheim, das müsst ihr sehen, ja. hä? was ist denn sonst noch geheim? oh, schon wieder cold wind. ich mein gut, als survivor, okay. der einzelne spawn ist eigentlich sowieso ein bisschen besser. ja, hätten wir auch drin. ruinen. aber ich hab's gefunden. ne, echter? ja, ich hab's ruinen gefunden. in der ecke, auf der einer seite. hab ich mal's kaputt. er hat wenigstens kein Nervenkipsel, der hat. oh, da kommt einer auf uns zu. ist weg. das ist was mies sein. hast du mich jetzt? ja, gleich am anfang ist mies. wenn der erste Perf schon mal luft ist. scheiße, das war ich. ich wollte ihn. nicht zu uns laufen. ja, oder? mach weiter, mach weiter. oh, er hat ihn. jetzt weg, jetzt weg. steh mir nicht wieder im weg rum. scheiße. er ist hinter mir. mach den generator weiter. ist durch. ja, das war klar. ja, er hat mich. nils, bist du in der nähe? oh, die kann so gut gehen, ne? vielleicht hängt denn der Korn im Haken. ne, er hängt nicht vorhin. ich bin nämlich jetzt genau an der Seite. wo, äh, sieg die eben aufgehangen war, der ist zur Hälfte. er sieht euch, glaub ich, nicht. ne, wenn ihr nicht zusammen seid. ha, er hat, nein. ne, ne. das habe ich nicht gesehen. ich gehe nicht so gut. der generator ist zur Hälfte. bist du da an dem hauen? ne. scheiße. jetzt habe ich es einmal verkackt. der turm gefällt mir gar nicht. weiß immer nicht, was das ist. ach, ich glaube, das heißt, dass mein, äh, wechselköpfe nicht mehr da ist. kann das sein? kann sein. geht ja noch. ja, sehe ich jetzt nicht. ich war jetzt durchgehend dran. aber das ist wie so, ja, wie so, wie so ein Weihnachtstum. komm, komm, komm. ist durch. du hängst nicht mehr, ne? ich nicht mehr. weil ich so schön von generator zu generator laufe. ne, ich habe keine mehr, ne. nein, 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 scheiße. was denn? ah, ich habe was versucht. hat nicht geklappt. warum? hat sich fast so angehört. bist du bei ihm in der nähe? äh, er liegt irgendwo bei dem schweinebauen. das wäre zu geil gewesen. ja, das ist jetzt eine tolle... ich habe ja gerade gesehen, wo er runtergegangen ist, ob du in der nähe bist, weil ich bin ganz hinten. ne, ja, richtig in der nähe. er kommt zu mir. ich glaube sogar, dass er mich nicht mehr gesehen hat. er ist da hingedient, man. kommt jemand? er ist in der nähe. er ist in der nähe. ich komme einer von euch. er ist weg. oh, 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 oh. pass auf, gerade aus rechts von dir bin ich im generator. so, ja. ich bin gleich fertig. oh, das heißt, ich soll es werden. komm, komm, komm. komm, 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 komm. komm, komm, komm. ja, er ist durch. gehst du zu ihm? scheiße, der geht jetzt hierhin zum Haken. befürchte ich. ja, es war klar. jetzt noch gerne nach aufer, machst du den? ach, man. den hat sich ja angefangen, aber der kommt sowieso jetzt hierhin. ne, ne, er kommt hierhin, er hat mich ja gesehen. bist du bei ihm? oder soll ich holen? ja, ich hole ihn, ich hole ihn. oh, ja, man, was kommt gerade zu dir? also, er meine ich ja. ja, komm runter. oh, man. stehen bleiben, stehen bleiben. hier heile ich nämlich schneller. wo ist der? oh, bei mir. ne, bei mir. bist du auch hier? oh, das war gut. ich bin hier am Generator. geh weg. hat er mich jetzt gesehen? Scheiße, ich stehe direkt neben ihm. Hilfe. oh, no. oh. jetzt hab ich Scherzrasen gehabt, du. ich hab mich sich ja angetäuscht und er hat daneben gehauen. der ist durch. er nimmt dich auf. ich bin direkt dahinter auf der anderen Seite von dem Meta. ja, ich glaub, das kriegt er schon mit, dass er ihn aufnimmt. oh, ne. er weiß, dass ich Decisersberg habe. das du was hast? Decisersberg. euer Morit mich. woher, woher weiß er das? ich weiß nicht, man kann das irgendwie hören, aber... mein... mein... Entschuldigung. oh. ich bin fertig. okay. es kann ja nur ein Pinkis sein. ich bin in der Nähe vom Ausgang. der Sigi hat auch ein Pinkis aus, ne? an meinem Ausgang ist er jetzt. ich mach auf. mach du auf. er ist hier bei mir. Scheiße, das wäre so knapp gewesen. Adrenalin wäre gleich angegangen. Scheiße, was war das? ist er weg? ja, ich glaub, der wirft gerade nach hier. oh, fuck, 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 fuck. komm, noch ein bisschen, noch ein bisschen. nein! nein! Ausgang ist offen, aber ich hab ihn am Arsch. du liegst. ja, ja. der nimmt mich jetzt weg. aber der Ausgang ist offen, das hab ich noch geschafft. ja, warte, 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 ich komm rüber. er hat mich aufgehangen. pass auf, er kommt wieder zu euch rüber. zur Mitte. direkt zu euch. hat wohl nen Pöck drin, denk ich mal. ne, der sieht ja den Ausgang. also letztes Mal hab ich ihn mal mähtrischer gesehen. aber... wahrscheinlich hat er bei mir drin. einer kommt. äh, ich bin... oh, da ist auch der Killer, pass auf. jo, äh, du musst sie holen, ne. aber du kannst sie holen. okay. schatz, lauf! ja, ich bin ja schon. lauf! lauf schneller! ja, Forrest, mach rein! schaffst du's bis zum Ausgang? oh, ich komm raus! komm, geh raus! wir sind auch draußen. ist er raus? komm, ich heile dich noch! ja. nein, das zählt ja nicht. egal, aber ihr könnt hier doch ner tun. ich wollt grad sagen, wir können ja trotzdem nochmal... habt ihr mit mir auch gemacht, also... ach, sagen wir, also... danke! danke! ich hab noch die Falltür gesucht. du hast die Falltür gemacht? ja, ich wollte... warte, da ist er, ich hab schon den Ball... den Ball, das... ja, hier, hallo! du bist näher an Ausgang, ihr dürft nicht so weit weg. ja, toll! ja, ja, ja... doch nur ein grünes. ich hab einmal so Herzrasen gehabt, du hast direkt vor mir... gestanden am Generator.